Die sicher angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 15. Juli 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1968 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 626 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 2 Korgsipiers, ein Blatteskirbel. 3 Korgsipiers, ein Blatteskirbel. 4 Korgsipiers, 2 Korgsipiers. 5 Korgsipiers – 4 Korgsipiers.